Joa, was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn, liebe Leute. Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an wir. Ich schaffe das schon. Ja, komm. Nein, könnte etwas sein. Tod, da draußen läuft ein Killer-Rom. Willkommen. Ich dachte. Er ist tot. Genau wie du. Immer noch auf der Suche nach mir. Ja. 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 Bringen wir es hinter uns. Ja, wir sind Closer, 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 Enough. Hier ist nichts. See you, Niemann. Okay, got it. Können wir nicht. Wir schaffen das. Ich glaube an dich, ich glaube an dich, ich glaube an dich. Shit. Shit, 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 das war doch nicht von mir. Oh, this was a try. Shit, jetzt falsch moment, falsch moment, falsch moment. Yep. Okay. Das war's. so jetzt und weiter geht sorry sorry falscher moment ich werde sterben ich kann nichts mitnehmen ich brauche irgendwie gerade eine reelle Generation ich brauche auch nichts da gibt es irgendwo was was ich einsammeln kann eine Lohne das hier aber hilft mir nicht weiter unbedingt ich brauche einen Trunk ich brauche unbedingt einen Trunk 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 ey Leute wollte ich mir nicht erzählen dass ich jetzt keinen Trunk habe oder was nö ah shit kann ich mir irgendwie einen bauen herstellen herstellen Tränke fuck Leute warte mal kurz ich muss mal kurz was hier im Inventar alles habe das entfernen wir mal das entfernen wir mal kein Platz äh warte mal schmeißen wir ein paar Sachen hier raus ich kann weg so was muss ich jetzt mal mit ihm hoffentlich ist das niemand von uns Alter ich muss noch mehr Sachen rausschmeißen das ist der Hammer oh Gott ja ich hab doch eigentlich alles draußen das war ja gerade wieder geil ist das dann hä was muss ich denn nichts mit ihm machen ich versuche mal jetzt den Rest zu eliminieren aber ich sehe hier gerade gar nichts da kann ich irgendwo ein Getränk bekommen nein warum soll man mir auch ein Getränk geben komm ich gar nicht erst drüber oh Alter willst du mich äh Eloy mach das ready äh komm ich hier hoch äh wie kommen die wo sind ich verstehe nicht wo die lang gegangen sind wo kommen die denn alle hin äh wo sind die denn äh wie soll ich das Ding denn erledigen das Ding ist doch schon tot erledige alle Kultisten wo sind die denn ich sehe gerade keinen einzigen was ist denn das hier hä ich kapiere gerade gar nichts mehr äh die waren doch mal alle irgendwo hier wo sind die denn jetzt hingegangen wo sind die denn jetzt hingegangen wo sind die hier irgendwo drin hä hä die waren doch mal alle irgendwo ich hab die doch alle mal gesehen hä ich verstehe nicht wo die hingegangen sind und ich verstehe nicht wo ich wo ich die abfangen kann ich kapiere es gerade ehrlich nicht Alter da komm ich nicht weiter ich komm hier hoch da hoch da komm ich wiederum nicht hoch da komm ich nicht hoch hä die waren doch alle hier irgendwo die Frage ist nur wo hä und jetzt wieso kommst du denn da nicht hoch so ich hätte einen anderen Weg nehmen sollen da komm ich auch nicht lang hä ist hier noch irgendwo Präsenz aber hä aber ich nehme gerade nichts wahr spring mal runter hä hä mir ist gerade nicht klar wo die anderen sind das Ding ist doch tot dann müsste ich etwas anderes ablegen Alter ich hab doch alles abgelegt was ich hab ich hab doch nichts mehr hin hin Hmm. äh, wieso kriege ich denn den Sack ist voll alt, wie viel brauche ich denn dafür? Drei Objekte brauche ich noch, ich will drei Objekte mitnehmen, ich kriege aber alle nicht mit oh mein Gott so Rohstoffe, ich weiß nicht, was ich alles rauswerfen muss warte mal, jetzt so viel zu entfernen, wie es geht so nein ey, ich kriege das nicht voll ey, ich kriege das nicht alles mit, Alter, what the fuck ey, was ist denn voll bei mir? Modifikationen oder was? was mache ich jetzt so oh mein Gott das sind glaube ich Modifikationen, kann das sein, ich bin gerade hier voll am fällen, Alter äh, kann ich den jetzt auseinander nehmen? gut wo sind die anderen jetzt? Ich kapier's nicht ey wow, endlich oh, das ist so bescheuert, sag mir nicht alles von vorne oh lieber Gott, nicht alles von vorne ich hab die, ey, ich such die über eine viertel Stunde gefühlt, ne und da bekomme ich den zu sehen oh Gott, ich darf alles von vorne machen, right? ey, ich hab den jetzt einmal gesehen ja wie geil ist das denn? Ich liebe sowas das ist so bescheuert, Alter, ganz ehrlich ey, ich such die über eine viertel Stunde oh, warte mal, was ich denn oh mein Gott you got to be fucking kidding me you really got to be fucking kidding ey, wo ist der? er geht nicht mehr sein Fokus ist deaktiviert der Rest liegt an dir ich schaff das schon der kommt auch raus ob das wohl deine Schwachpunkte sind? ey, ich krieg die Krise gerade what the fuck ey, ich krieg so die Krise gerade ey, ich such den über eine viertel Stunde, Alter dann sieh, und dann sieh ich den ey, das ist so lächerlich, Alter das ist so lächerlich ey, ich such diesen Typen über eine viertel Stunde ich geh überall hin, wo ich hingehen kann und dann krieg ich den zu sehen, Alter ey, das ist und dann verrecklich ach, er leckt mich hier am Arsch, Alter ey, das ist ohne Sinn, Junge ganz ehrlich, dann kommt er in jedem Moment, wo ich ihn nicht sehe ach, fuck yourself, ey ganz ehrlich, das ist ridiculous it's just this ridiculous ey, er leckt mich hier am Arsch, Alter ist doch nicht normal, Mann ey, das ist das, was ich hasse, ohne Witz das muss einer der Todbringer sein, die Olin erwähnt hatte ich hatte hier jeden K.O., ich hatte diesen Piss auch weg komm her ich glaub da, ey, ich glaub das hier halt alles nicht mehr ich hab keinen Plan, was das ist das ist gar nicht deine Leiche, wenn das so weitergeht ey, ich hab die Schnauze grad so mega voll, Alter ich nenne das ein mein Fokus er geht nicht mehr sein Fokus ist deaktiviert der Rest liegt an mir ich schaff das schon da kommt Rauch raus ob das wohl seine Schwachpunkte sind? hoffentlich ist das niemand von uns ich kann dich hören glaub ich ich hab was gehört ich weiß nicht genau, was das war ich glaub das ehrlich nicht ey, ich hatte den Wichser tot, what the fuck it happened Ich hab was heute so gut ich hab Paul ausges sucked ich hab was die 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 sind die oder die Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das?